Der RTF1 Wetterbote, präsentiert von Kleider Müller in Geislingen bei Balingen. Die größte Auswahl an Jacken und Mänteln in der Region Neckaralp. Kein goldenes Herbstwetter in den nächsten Tagen, auch wenn es trocken bleibt, es bleibt trüb und grau. Die Sonne bekommen wir nicht zu sehen, die Höchsttemperatur liegt bei 16 Grad. Der RTF1 Wetterbote, präsentiert von Kleider Müller in Geislingen bei Balingen. Die größte Auswahl an Jacken und Mänteln in der Region Neckaralp. Am Donnerstag bleibt es trocken, aber der Himmel ist weitestgehend bedeckt. Am Morgen ist es mit 8 Grad etwas milder. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen noch auf 16 Grad an. Auch in der Nacht bleibt es bewölkt. In den kommenden Tagen sieht das Wetter ähnlich aus. Die Sonne zeigt sich nur selten und der Himmel bleibt bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 16 Grad. Und auch in den Nächten klart der Himmel nicht auf. Das trübe Wetter kann für Patienten, die an hohem Blutdruck leiden, zu Schwierigkeiten führen. Auch Kopfschmerzen werden eher begünstigt. Menschen mit Gichtbeschwerden sollten keine negativen Auswirkungen spüren.